Oh mein Gott, sei Dank war er wichtig. Ich habe ein schönes Loch gemacht. Sorry, sorry, sorry. Boah. Stefan kommt vor mir hoch. Stefan. 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 Stefan kommt vor mir hoch. Stefan kommt vor mir die Wand auf. Ja. Dein Hammer. Angefян hat er sich verdient und wollte das nicht genug. aber auch ein Puls ist irgendwie auf der linken Seite wir haben immer noch einen Puls, aber der war hier irgendwo in der Nähe. Kannst du schon mal kommen? ja ich bin übrigens tot durch Fremd the Fire ok, ja, ja, genau. Warte auf dich, nicht reingehen, nicht reingehen ok, der ist irgendwo rechts nein, rechts oh, du hast mich auf dem Kopf ach, ich hab mich auch getötet du hast mich getötet ok, trotz Fremd the Fire gewonnen aber darfst du jetzt den eingreifen, der mich eben angegriffen hat ok, ja, jetzt müssen wir verdienen super ja perfekt auf was nie du die Türke kommen, ich weiß nicht, ob du da bist in der Nähe das einer links schön guck, guck guck, guck die auffassen bei der Türke, wenn du da reinkommst ja, der Dings war gerade ein, der hat auf mich geschossen ja, ja wütend komm, sie weiß auch, dass ihr da seid, oh nein Ich weiß nicht, dass er von zwei Seiten kommt. Hinter dir im Raum ist einer. Hinter dir im Raum ist er. 10 Sekunden. Ich bin auf die Tür geguckt, weil ich hätte auch wieder mitbekommen, wenn er an dem Raum gewesen wäre. Hätte den eingenommen. Und ich wollte lieber auf die Tür gucken, wenn er seit dem Raum rennt. Ich sehe das hier nochmal. Alles abzusichern. Was ist das? Nein! Was hat der sich gerade dabei erhofft? Ne, die sind alle drin. All guys inside, all inside, all inside. Ist da links nicht noch? Ich dachte, das wäre die Geisel. Du hast nicht zufällig noch eine Drohne über, oder? Moment, ich weiß, wo die dort sind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hätte sie... Ich habe richtig reingeschissen bei der letzten. Ich habe die ein paar Mal erwischt, aber dann so oft daneben geschossen. Das war nicht mehr feierlich. Können wir gleich Rank spielen? Ja, wir wissen. Ich starte gerade. 4K2 ist für die Gegner. Michi? Ja. Ziemlich lustiger Witz. Und nein. Ich bring den gleich um. Ich bring den gleich um. Wehen. Okay. Was? Von wo? Von wo? Piers, was ich meine. Ich geh einfach. Wo ist Fenster? Ich habe gesagt, ich bin jung. Ah, jetzt wird er auch dieses Spiel spielen, ne? Ja. Ich bring dich auch noch rum. Ich bring dich auch noch rum. Heißt du? Ich auch. Du hörst, aber der Witz mit meinem Raum ist echt witzig. Ich und mein Raum. Ich und mein Raum. Haha. Der ist ein... Verdammt der Idiot. Schieß einfach drauf, er los den. Ich hab sie doch idiotiert. So wirken das nur locker, ey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja komm. Ich dachte, da wird auch ne Falle. Ich hätt's einfach so abgefallen, wenn da ne Falle gewesen wär. Ich hab noch Zeit, ne? Kannst du mich nochmal einladen, Michi? Das, ähm, wäre möglich, ja. Strecklich, last operator standing. Oh! Oh! Ich hab gedacht, wir wärmen uns nochmal auf. Also ich bin wieder kalt geworden. Was? Oh! Zum Fick! Ja, klar! Ich scheiß da drei Schrotwindenschüsse in die verdammte Fresse und die überlebt das. Nur zwei. Ich hab drei gezählt. Bam, bam, bam. Bei dir vielleicht, aber nicht insgesamt so. Ja, die ist wirklich schlecht auf die Entfernung. Drop hat zum Beispiel so einer. Wenn man von oben... Den kann man zumachen. Den in den Hauptraum kommen kann. Den zumachen. Aber wenn man von Hauptraum aus runter geht, dann ist es sinnlos. Wir können ja nicht hochklettern. Christian, bei diesen Steps. Ich weiß. Ich versuch doch grad den richtigen Zeitpunkt rauszufinden. Die sind an der Tür bei uns. Auf uns. Schön. Ich hätte vielleicht die C4 nehmen müssen, aber... Ich wollte halt so mal mit zwei Leuten mit einem C4 umbringen. Wo, 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 wo? An der Tür hier. Mit Y markierst du, ne? Mit Y markierst du. Mit Y markierst du. Da hab ich, ähm... Waffen-Babble eben gesehen. Er frisst gut, der mit grade. Richtig challenge, Ace. Ja, ich hätt fast noch... Setscher ist auch richtig gut hit. Die alle auf deiner Seite? Ja. Beide Zumindest waren sie grad eben Hier ist von meiner Tür wo ich bin Warte, da Okay, tot Haltet einfach die beiden Gehörungen im Auge Du hast die im Chat geschnitten worden Die kommen nicht durch Ja, die schaffen es aber gleich Alles klar, Raider durch die Wand, easy Geht aber weg Geht aber weg Looooool Easy guys, easy guys Jetzt bei Thatcher nicht so, oder? Nee, jetzt hier kriegst du, glaubst Gut, dass du noch den erwischt hast, denn jetzt hab ich den nicht assist Spray down, easy Nein, nicht da Felix muss das machen Boah, Felix Warte, komm ne Komm, 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 komm Hier, ich hatte dich Halt durch Soldat, halt durch Soldat Nein, hast du nem Spreng... Pass auf! Pass auf! Sprengmatt wird rein Und da war Frost, oder? Was? Was soll ich sprengen? Sprengmatt, Sprengmatt, dem Dropper, ja Ja Welche Button ist das Ist mutter Maustaste Hast du da? Ja, genau Und wenn du weg bist, dann nochmal dieselben Maustaste Ja klar Nichts reinspringen, sondern einfach nur up aimen. Da unten ist was drin, definitiv. Kannst auch drohen da unten, wenn du willst. Wir wollen mich gasen. Was? Wir spielen Nazis. Wirf einfach mal eine Granate rein. Ich will ja nicht pushen, aber wollt ihr nicht lieber die Bombe holen? Nein. Jetzt alle wachbar. Kleinen Miniraum auch, ne? Da ist links, 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 links. Friber war da mal in der Ecke. Nein, da ist ja noch einer. Okay, Kai jetzt töte ab für alle. Kai, God Modus aktiviert. Oh mein Gott, what the fuck, wie feiße war der? Der geht aber schlecht. Nein, God Modus aktiviert. Der war auch schlecht. Komm, Ace, Ace, nachladen, nachladen. Ace wird es nicht, aber egal. Fuck you bitches! Ich hab keine Ahnung, was ich hinterfischt. Ich hab keine Ahnung, was ich hinterfischt. Ich hab keine Ahnung, was ich hinterfischt. Oh, knapp. Das war aber gut gemacht, Kai. Gut gemacht. Ja. Ja. Das hat der Level 1 mal kurz 2 Kills geholen. 2 Endshots haben wir gemerkt. Cool! Scheiße war er noch, wir haben 1, 2, 1 Nein, nein, wir sollten noch bitte noch Ja, das ist auch sein zweiter Account Das ist ja auch sein Smurf, deswegen gibt es so einen Fick auf den anderen Da, da Ja, Mann Nur da alles, der in den Wendekau ist Ja Was ist nun? Ja 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 Bis zum nächsten Mal.